Hier sind ganz schön viele. Was meinst du? Die Oma, ganz zuerst. Was meinst du? 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 Das war jetzt zwar nicht der Plan, aber hey. Bewegt sich noch was? Äh... Nein. Weißt du was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja. Mann, die anderen werden uns das gar nicht glauben. Hm. Ja, die Klicker müssen... Die Klicker müssen irgendwie überarbeitet worden sein, weil auf irgendwas reagieren die. Das ist sehr komisch. Das haben sie vorher nicht getan. Ah, genau. Das sind die Klabotten von gestern, Chad. Das sind die Klicker, das ist das Problem. Das ist das Problem. aus der Beine. Aus der Beine. Aus der Beine. Aus der Beine. Geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Oh, klar. Ich glaube, sie hat das nicht ironisch gemeint. Nein. Oh, nope. Ey, Stuhl. Soll ich hier hin? Irgendwo? Nein. 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 Jetzt haben wir das nicht zu 2? Hmm. Hm. Kabel! Na also. Ja, das sollte gehen. What? Los, Lüger! Soll ich's versuchen? Hab schon. Was? Hauptsache, sie holt da erstmal... Und wenn so ein... alten Kühlschrank und ein halbes Kilo mit der Kabel raus... Okay, das ist gut. Dann mal los. Na dann mal los. Wollen wir jetzt in zwei dran hängen? Nee, ich bin da schon raus. Was ist denn, wenn du hier hochkommst? Ich bin ziemlich windig. Hier drüben! Hat echt zugelegt. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komm dir nach. Hey, wie weit ist es noch? Noch ein paar Minuten. Okay. Drei Meter geritten. Wie weit ist es noch? Es wird immer schlimmer. Sollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft! Dina ist weg. Dina ist weg. Dina, wo bist du? Dina? 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 Oh Gott sei Dank. Komm schon. Hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir. Geh rein. Geil. Die ganze Nacht. Die lange Nacht des Lesens. Wir lesen heute die ganze Nacht. Ich war nie hier drin. Okay. Sehen wir uns mal um. Ruhig, boys. Ruhig. Ladies, meine ich schon übungen. Das ist ja Mädchen. Ich habe gerade diesen wunderschönen Song im Ohr von Meatloaf. Ich fühle mich nicht so gut. 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 Geht nicht in eine Flasche. Wow. Weil der Vandalismus hier ist. Was ist hier los? Hier hat aber einer gebastelt. Ich fühle mich nicht so gut. 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 Und zwar, dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat. Tötete drei Soldaten und zwei Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Federer-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Ja, und Joel haben einiges getan, um zu überleben. CEO Spark. Oh Gott. Chad, wollen wir kurz eine Pause machen? Das ist halt echt tierisch aus dem Pott. Weiter geht's. Oh, kannst du dir nicht ausdenken? Scheiße. Wat ein Timing. Oh, sorry. Entschuldigt bitte. Weiter geht's. Oh mein Gott. Da sind Tommy und Eugene. Noch die reinsten Babys. Licht. Heizung. Hey, da ist ein Generator. Na, den machen wir doch jetzt erst mal an, oder? Hey. Schon besser. Das ist eine super Idee. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Wenn's jetzt so pommelt, ist breit gedrückt. Nee, 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 nee. Ich hab, äh, hab alles nach oben über. Hab alles nach oben über. Oh Mann, ey. Äh, ich nehm Stabilität. Sehr. Das wird gehen. Cool. Gute Arbeit. Dafür brauchen wir jetzt Strom, ja? Hahaha. Okay. Oh, hallo. Dafür brauchen wir jetzt Strom. Darf man USK 18 Titel vor 22 Uhr streamen? Absolut. Yes. Mein Channel ist ab 18 geflaggt. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Geht's irgendwo runter? Hm. Hier nicht. Hä, wie hier nicht? Na klar, wir brauchen nur ein bisschen Dielen anheben. Ha! Ist doch kein Problem, oder was? Hallo? Ah, so. Entschuldigt bitte nochmal die Wartezeit, Chad. Sorry. Wo sind wir denn? Ach so, hier sind wir hergekommen. Ah, hier sind wir. Weg nach unten. Hallo. Ich stehe mal nicht im Weg. Hier ist die Heizung. Äh, bin ich jetzt blind irgendwie? Ah. Hier. Anna K., boin. Ich grüße dich. Äh, da war ich moin. Lass auf, was moin. Oh. Die Love Story geht weiter. Oh. Oh mein Gott. Das ist Gras. Ja, futztrockenes Gras. Das erklärt einiges. Chat, 420. Wartet mal kurz. Das habe ich. Nee. Nee. Hallo? Hallo? Wo hat der Fall? Oh. Oh. locally. paprika ist. whatМ Chocolate. Und hier noch mal kurz. Du hast mal kurz. Das autism demanda. Jetzt mal kurz. Das ist mir da. Fifth. Das Cross. Das ist mir da. Ich bin da. Do. Es gibt bin. Switch Rhyme, it's not a crime. Puck. Puck. Puck, wir haben so den Fluch in diesem Haus hier gerade. Hier kommt eine Scheiße nach der anderen, ey. Oh Mann, ey. Okay, weiter geht's. Aber mittlerweile kann man nur noch lachen darüber. Hey, wer hat solche Videokassetten? Huh. Wieso hat hier eigentlich nur einer Happy420 geschrieben, was da los ist? Das ist Brandys, Kooch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Hier ist alles voller Gras und das Internet reagiert nicht. Was ist denn das? Der Channel ist ab 18. Ihr müsst euch nicht zurückreiten, okay? Ihr dürft euch outen. Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Twitch Prime, it's not a crime. Oh, Jungs. Und weiter geht die wilde Fahrt. What the fuck? Wiener. Eine Gasmaskenbong. Gott, er war so schlau. Gott, er war so schlau. Er hat eine Bong in eine Gasmaske gesteckt. Oh, war der schlau. Uh. Oh. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Hm. Finden wir's raus. Maga, das ist doch nicht mein Ernst. Was ist denn aus dem Spiel geworden? Sag mal. Kriegst du's nicht auf? Nein, geht schon. Oh, wie sie sich schon auszieht. Oh, ich mach mich mal frei zum richtigen Schlecht. Fuck. Gib mal her. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Twitch Prime. Okay. Es... Ja. Hallo, Officer. Oh, bitte sag mir nichts. Sie landen... Sie landen auf der Couch und... Was, bitte, stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Aga. Riecht mal einer. Wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Kann ich dich was fragen? Tündung, Bruder. Tündung. Von eins bis zehn. Wenn eins... richtig unterirdisch ist... und zehn... überwältigend... Wie würdest du... unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Warum machen wir es nicht einfach? Du hast gesagt, es war ein Fehler. Hab ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine Sechs. Eine Sechs? Wow. Eine solide Sechs. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber... Sechs. Oh. Was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Das hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine Sechse. Die ganze Hütte brennt gleich fest. Sie hat den Scheun weggeschnitten. Was ist denn aus der Last of Us geworden? Ich wollte jetzt nicht Life is Strange 3 spielen. Wo sind sie? Okay. Ist das nur mir unangenehm zu schauen? Nee. So. Infiziert. Ja. Ja. Was ist das? Ja. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh.